Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich darf Sie hier und Euch begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansal im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Endstand 5 zu 2 für die Gäste. Daniel Thun, der Gästetrainer, herzlichen Glückwunsch. Ihr Fazit bitte zum Spiel. Ja, vielen Dank zunächst. Klar, dass wir uns freuen, dass wir das zweite Auswärtsspiel in Folge gewonnen haben. Die erste Stunde war aus meiner Sicht von meiner Mannschaft nahezu ein perfektes Match. Ich fand, dass wir alles das, was unsere Mannschaft auch schon angedeutet hat, auf den Platz gebracht haben. Wir haben eine brutale Energie gegen den Ball gehabt, vom Anlaufverhalten her. Große Lob an meine Offensivreihe und dann natürlich auch das Ballbesitzspiel, die Spielkontrolle, die Struktur. Also wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr lobenswert und entsprechend, glaube ich, auch völlig verdient die Pausenführung. Wir wussten natürlich nach der Pause, dass einiges sich verändern wird in der Statik des Spiels. Ich glaube, das bleibt nicht aus, wenn man zu Gast ist im Ostseestadion. Und dann war es natürlich für uns sehr, sehr gewinnbringend, dass wir dieses schnelle vierte Tor geschossen haben. Und ja, dann sehe ich es meiner Mannschaft vielleicht auch mal nach, dass sie in dem einen oder anderen Augenblick auch nachlässig war, weil das Ergebnis zu dem Zeitpunkt sehr, sehr hart erarbeitet und erspielt wurde von uns. Und dann sind wir am Ende des Tages natürlich sehr, sehr froh, dass bei 4-2 nicht noch die Korre noch mal Anschluss gefunden hat. Und natürlich aus unserer Sicht dann sehr, sehr gutes Gefühl, in die Länderpause zu gehen und freuen uns natürlich, dass wir die Breitpunkte hier mitnehmen. Patrick, dir und deinem Team natürlich weiterhin alles Gute. Ich glaube, dass ihr definitiv immer noch eine Bereicherung für die Liga seid und das im nächsten Jahr auch immer noch sein solltet. Und deswegen wünsche ich euch natürlich viel Energie, viel Kraft und macht es in anderen Mannschaften wieder verdammt schwer, dass es wirklich nicht einfach ist, hier zu punkten. Deswegen nochmal ein großes Lob an meine Mannschaft. Danke. Vielen Dank. Patrick, dein Fazit bitte. Zunächst mal vielen Dank für deine Worte, Daniel, und Glückwunsch zum Sieg. Ja, ich bin natürlich frustriert und auch ein Stück weit sehr sauer, weil so wie wir die ersten 60 Minuten aufgetreten sind. Ich glaube, das ist nicht das, was wir erwartet haben. Wir wollten eigentlich den Schwung aus dem Hannover-Spiel und auch die Trainingswoche, die wirklich sehr gut gelaufen ist, vor allem aggressiv in den Zweikämpfen, viel in der Defensive gearbeitet, wirklich stabil gestanden und so mit einem guten Gefühl ins Spiel gegangen. Und ab der ersten Minute ging es dann so ein Stück weit los, schon mit dem ersten Ball beim Anstoß, dass wir unserem Innenverteidiger auf seinen schwachen Fuß spielen, der Ball schon nicht zustande kommt. Also da muss man auch sagen, fehlen einem dann als Trainer draußen auch so ein Stück weit die Worte dann in der Phase, weil du gibst dir natürlich ein Stück weit oder nimmst dir ein Stück weit die Sicherheit. Dann, wie es Daniel gesagt hatte, das erste Tor gefallen und dann hat man gemerkt, dass wir wirklich ein Stück weit verunsichert durch das Tor gewesen sind, die Köpfe erst mal runtergingen. Die Düsseldorfer haben es hervorragend ausgespielt und unsere Pressinglinien waren auch nicht konstant genug. Die waren immer wieder von der Höhe ohne Auslöser, ohne einer klaren Struktur, so dass wir quasi in die Bälle nicht reingekommen sind, die wir uns eigentlich erkämpfen wollten. Deswegen haben wir auch mit zwei Stürmern eigentlich begonnen, weil wir gesagt haben, wir müssen den Aufbau mit Karstenmaier reduzieren, rausnehmen, weil das ja so eine Kernkompetenz von Düsseldorf ist, plus das Zentrumspiel. Ist aber leider nicht aufgegangen in dem Moment, weil, wie gesagt, so ein Stück weit Verunsicherung reingekommen ist, reingetragen wurde ins Spiel. Die letzten 30 Minuten dann wieder mit den zwei Anschlusstreffern, wo wir auf einmal gesehen haben, dass es geht, wo auf einmal so ein Stück weit die Leichtigkeit wieder zurückgekehrt ist und dann kriegen wir natürlich mit dem Fünften leider den Deckel drauf, wo wir dann den Gegner auch wieder komplett frei im Strauchraum lassen, nicht mehr beim Kopfball dabei sind. Was natürlich auch so nicht gewollt ist, aber letztendlich war es ein verdienter Sieg für Düsseldorf und wir müssen einfach gucken, dass wir bei uns bleiben und müssen einfach schauen, dass wir jeden Spieler da auch in die nötige Aggressivität und in die nötigen Bereiche bringen, so wie es jetzt auch im Hannover-Spiel gewesen ist und das auf Dauer und in der Konstanz, dass wir einfach von diesen Tugenden her hier gerade bei Heimspielen unsere Persönlichkeiten beziehungsweise unseren Charakter auf den Platz bringen. Für die Fans tut es mir natürlich auch leid, dass wir diese fünf Tore hier ertragen mussten, aber so ist der Fußball und es kann sich auch wieder in eine andere Richtung drehen. Für Düsseldorf natürlich weiter alles Gute. Danke. Dankeschön. Gibt es Fragen an die Trainer? Tommy Bastian vom Kicker, einmal hier vorne bitte. Ja, hallo Herr Dockner. Vergangenen Woche war es schon Thema, dass die Stimmung dann so ein bisschen gekippt ist und es einzelne Pfiffe gab und Schmähgesänge oder Rufe. Heute war das nochmal deutlicher. Wie haben Sie das wahrgenommen? Im Großen und Ganzen habe ich das natürlich am Ende des Spiels mit wahrgenommen. Während des Spiels bist du so fokussiert, da kriegst du ja relativ wenig mit. Aber ich habe dafür Verständnis. Also wenn wir 60 Minuten so auftreten, dann hat auch jeder das Recht zu pfeifen. Auch wenn es uns nicht gut tut in der Partie und wir uns wünschen würden, dass es natürlich, ich sage jetzt mal, die Anfeuerungsrufe beziehungsweise die Aufbauphasen vom Publikum mitgetragen werden. Aber man muss da Verständnis für zeigen, weil wir in der Situation in den ersten 60 Minuten wirklich einfach nicht im Match waren. Keine weiteren Fragen? Doch, da hinten Adrian Witwer von der Bild-Zeitung. Was macht denn mehr zu schaffen, wenn es so einen erneuten Heimauftritt gibt nach diesem Spiel in Karlsruhe, das jetzt wieder die erste Phase so war oder eben auch Glöckner-Rausrufe? Was trifft einen denn mehr, wenn man das so sieht? Ich habe immer schon gesagt, es geht ja nicht um meine Person. Im Großen und Ganzen ist es so, dass wir wissen als Trainer, was auf uns zukommt, wenn die Ergebnisse nicht geliefert werden. Es ist ein Ergebnissport und erzählt auch nicht, wie die Spiele zuvor waren oder wie die Gegner heißen. Düsseldorf ist eine Mannschaft, die komplett ambitioniert nach oben guckt und auch entsprechend die Qualität im Kader bewiesen hat. Ich glaube, das waren jetzt in den letzten Spielen 23. das 22. Tor, was sie erzielen. Also da ist schon eine Qualität da in dem Kader. Und deswegen, es geht hier nicht um eine Person, sondern es geht darum, dass wir versuchen, uns die Dinge in kleinen Schritten zu erarbeiten. Dann haben wir einen Kollegen aus Düsseldorf. Können Sie sich ganz kurz vorstellen? Johnny Costa von der Rheinischen Post. Herr Thun, ich traue mich natürlich nicht mehr nach dem Großen und Ganzen zu fragen. Deswegen ganz speziell an Sie, Matthias Zimmermann. Ein paar Premieren sind heute gebrochen worden. Matthias Zimmermann mit dem Doppelpack. Können Sie vielleicht ein bisschen was zu ihm, seiner Rolle und auch der Ausbeute sagen? Klar, große Freude. Ich habe ihn schon ein bisschen gekitzelt, weil er diese Saison ja noch nicht so viele Torbeteiligungen hat und kein Tor schießt. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass die Saison jetzt eine Null werden könnte bei ihm, wenn er kein Tor mehr schießt. Ich glaube, es war wichtig, dass wir in der vergangenen Woche die Enttäuschung, die wir hatten, dass wir es sofort ins Gegenteil verkehrt haben. Ich fand, wir hatten eine richtig gute Trainingswoche, wir haben sehr, sehr vermehrt dann auch an der Spieleröffnung gearbeitet, die letzte Woche nicht optimal war. Ich fand, heute haben wir es kontrolliert. Wir haben viele Räume geschaffen und Matze war ein Teil davon. Wir haben ja in der vergangenen Woche, das ist dann wieder Glück, wenn der Trainer eine Individualanalyse macht und mit dem Spieler eine halbe Stunde zusammensitzt und der schlägt dann so zu. Dann sage ich, okay, dann hat es geholfen. Das zwingt mich natürlich jetzt jede Woche mit dem zu sitzen, was nicht ganz so spaßig ist. Aber wenn das dann zählt, dann ist es natürlich gut und wenn er einen Doppeltag-Pakt macht, freut man sich umso mehr. Ein bisschen Glück beim Ersten habe ich auch gesehen, da hat noch jemand seinen Kopf reingehalten und das sind die Momente vielleicht gerade, die vielleicht gegen Hansa Rostock sprechen und für uns. Und vielleicht dann auch für Matze Zimmermann und genau das, was Sie gesagt haben. Wir reduzieren es auf Spiele. Heute ein Fußballspiel gewonnen, drei Punkte mit nach Hause. Freue ich mich drüber. Wir wollen da noch einen Kollegen. Ja, Nogier vom Express. Headtune, selbst obwohl Sie zwischenzeitlich komfortabel geführt haben, haben Sie sich für, finde ich, späte Wechsel entschieden. Was sind da Ihre Beweggründe für? Ja, hat man ja immer unterschiedliche Beweggründe. Wenn Sie mir jedes Mal versprechen, dass das Spiel besser wird, wenn ich auswechsel, dann würde ich das machen. Ich fand, dass alle Jungs noch drin waren. Ich glaube, dass es auch nichts mit den Wechseln zu tun hatte. Wenn man das erste Tor sieht, da haben Micky pennt bei dem Freistoß schnell ausgeführt. Die anderen beiden pennen auch drin, weil sie sich noch über die Spieleröffnung unterhalten. So ehrlich muss man auch sein. Und beim zweiten Tor stehen wir dann halt auch oder haben einfach einen Ballverlust im Mittelfeld. Da war, glaube ich, Schinter auch daran beteiligt, der gerade frisch im Spiel war. Deswegen hat es nichts mit Wechseln zu tun. Und nochmal, ich wusste, dass hier ein bisschen was auf uns zukommt, dass immer wieder angelaufen wird. Diese zwei Momente waren da mit den Gegentoren, wo es unruhig werden kann. Und dann braucht man Stabilität. Und die wollte ich nicht brechen mit irgendwelchen Wechseln, weil nochmal, ich fand, dass die Jungs echt super drin waren, die zehn, die auf dem Platz waren. Gut, dann haben wir noch eine Nachfrage von der Rheinischen Post. Herr Thun, André Hoffmann hat zwei, drei Mal so buchstäblich auf den Tisch gehauen auf dem Platz, hat sich ein paar Mitspieler geschnappt und versucht nochmal wach zu rütteln. Wie wichtig ist es für Sie, ihn da als verlängerten Arm zu haben, dass er da nochmal für Konzentration sorgt? Ja, es sollte ja Anspruch sein. Ich habe gesagt, bis fünf Minuten vor Spielbeginn kann ich noch Einfluss nehmen, dann erst wieder Halbseilpause, vielleicht regulieren noch im Spiel. Aber auf dem Platz müssen wir Verantwortung übernehmen. Und das habe ich auch festgestellt. Ich habe auch gesehen, wie er sich gefreut hat bei den Toren, wie er auf die Knie gerutscht ist. Das ist sein Anspruch, das ist unser Anspruch. Da darf er gerne auch dann mal, selbst bei 3-0, noch dem einen oder anderen dann in den Hintertreten, wenn er sich nicht mehr entsprechend bewegt, weil wir mussten 90 Minuten doch ein bisschen was dafür tun, um auch dieses Ergebnis zu erhalten und das Spiel zu gewinnen. Und ja, dann begrüße ich das natürlich und zeige natürlich, dass André noch nicht fertig ist, sondern nach der Enttäuschung letzte Woche dann doch allen zeigen will, dass wir was wollen und er insbesondere. Elisabeth Reinhold von der Ostsewelle. Ja, Patrick Lockner, unter der Woche heißt es ja immer, die Jungs sind fokussiert, die glauben an sich, die wollen. Wie kann es dann trotzdem aber passieren, dass zu Hause durch den Gegner treffe, sie sich so schnell außer Ruhe bringen lassen und dann Köpfe hängen lassen und den Fokus vielleicht auch komplett verlieren in dem Moment? Ja, das ist die große Frage. Dies gilt auch ein Stück weit weiter rauszubekommen. Weil das, was ich gesagt habe, habe ich auch genauso gemeint. Also die Trainingswoche war wirklich gut. Im Auswärtsspiel hat man auch gesehen, dass sie da fokussiert. Die 90 Minuten extrem gut durchgezogen haben und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen haben. Und jetzt ist es dann einfach so wieder gelaufen, wie es dann auch gegen den KSC im Vorfeld war, so wie du es gerade gesagt hast. Und das ist halt einfach, es ist nicht einfach zu erklären, es ist für uns Trainer auch nicht einfach zu erklären. Wir denken immer, wir wissen das ein oder andere, aber letztendlich tun wir ja viel dafür, um sie wieder in das nächste Match mit einem sehr hohen Selbstvertrauen reinzubringen und auch mit ihren Stärken versuchen auszustatten in den Spielen. Und trotzdem ist es so, dass man sieht, dass dann die Stärken manchmal gar nicht zum Vorschein kommen. Dass der eine oder andere in der anderen Situation das Selbstvertrauen nicht hat, eine Situation zu kreieren, die vielleicht mal ein Stück weit Mut bedarf. Oder dass es dann anfängt mit einfachen Fehlpässen in Situationen. Oder was ich auch eben schon gesagt hatte, schon der erste Anstoßball von uns in der ersten Sekunde, wo wir gar nicht überlegen, was machen wir da einfach. Also wir spielen mal auf dem Innenverteidiger, der den rechten Fuß hat, und spielen auf seinen linken Fuß. Das sind so Dinge, wo ich dann sage, da müssen wir halt wirklich von der Psycho her extrem daran arbeiten, dass wir da klar sind im Aufgabenbereich und wissen, was ist mein Mitspieler, seine Stärke und wie kriege ich den zum Einsatz. Und solange wir das nicht schaffen, werden wir Probleme bekommen. Oder die Probleme beibehalten, sodass wir diese Leichtigkeit, die man auch zum Fußballspielen braucht, um sich ein paar Erfolgserlebnisse zu erarbeiten, die muss hier rein, diese Leichtigkeit. Und das siehst du hier bei Düsseldorf, als sie das erste Tor gemacht haben. Auf einmal ist der Ball viel besser gelaufen. Die Mannschaft glaubt dann mehr an sich. Und da gilt es dann halt, dass wir jetzt die Typen auf dem Platz wecken, die dann sagen, okay, wir liegen 1-0 hinten, aber es geht trotzdem weiter. Wir glauben trotzdem weiter an uns. Und jede Situation im Fußball ist handelbar, dass du sie auch in eine andere Richtung drehen kannst. Ben Brömer von der Ostsee-Zeitung. Ja, Hansa ist jetzt heute auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht. Im Stadion herrscht schlechte Stimmung, im Team untereinander sicherlich vielleicht auch unzufriedene Gesichter auf jeden Fall. Jetzt Länderspielpause. Was gibt man der Mannschaft nach dem Spiel da im Kreis mit oder in der Kabine? Was sind da, also was fallen da für Sätze? Ja, also zunächst mal ist klar, dass bei uns die schlechte Laune wahrscheinlich am größten ist. Und wie ich auch schon gesagt habe, das Verständnis, dass die Fans schlechte Laune im Stadion haben dürfen, das ist natürlich 100 Prozent gegeben. So schnell emotional die richtigen Worte zu finden und die richtigen Lösungen anzubieten beziehungsweise mit der Mannschaft zu besprechen, das ist nicht möglich. Das heißt, wir werden erst im Trainerteam uns absprechen, in welche Richtung wir arbeiten wollen und dann entsprechend mit der Mannschaft zusammen die neuen Lösungsmöglichkeiten erarbeiten und die Ansätze, die wir halt dann aus den Spielen heraus dann beziehungsweise jetzt in der Länderspielpause dann vielleicht auch die Trainingseinheiten plus Testspiele etc., wie wir es dann schon angehen wollen. Sie haben es gerade schon mal angeschnitten. Sind jetzt Testspiele geplant? Eins, mehrere? Können Sie dazu schon etwas sagen? Also wir spielen morgen ein Testspiel. Das ist schon fest eingetütet und ansonsten haben wir noch nichts weiteres geplant. Gut, dann haben wir es. Dann herzlichen Dank. Achso, das habe ich nicht gesehen, war ein bisschen zaghaft. Sönke Frögel von der Ostsee-Zeitung. Ja Patrick, ich würde die Frage gerne ersparen, aber angesichts der sich doch zugespitzten Situationen steht natürlich die Frage im Raum. Gehst du davon aus, dass du nach diesem Spiel und nach dieser bisher desolaten Rückrunde weiter Hansa-Trainer bleibst? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Das müssen die anderen Personen entscheiden. Ob ich es mir zutraue, natürlich. Also dafür bin ich Trainer, dafür habe ich auch das Selbstbewusstsein, um Dinge in die Wege zu leiten. Die Situation ist ja seit Anfang an schwer und das wussten wir ja auch. Und wie gesagt, die Frage kann ich leider nicht beantworten. Gut. Dann haben wir nochmal Tommy Bastian. Einmal hier vorne. Vielen Dank. Die Kollegen aus Düsseldorf sind sehr behilflich. Die meisten Fragen wurden jetzt gestellt, aber eine würde ich dann nochmal zurückgehen. Was auch bei Herrn Thun jetzt gerade Thema war, Führungsspieler. Ich denke, davon hat man nicht so viele im Team. Und die sind dann extrem wichtig, um dann auf den Platz zu lenken. Ich könnte vielleicht mal sagen, warum sie sich jetzt entschieden haben, Damian draußen zu lassen, wo sie ja vorher auch immer gesagt haben, der ist gesetzt. Und aus meiner Sicht ist das so jemand, der dann, auch wenn er Fehler macht, machen alle, der dann halt das Team führt und taktisch Anweisungen gibt. Also der Hintergrund war gewesen, dass wir mit Lukas Fröde schon einen strategischen Ausfall auf der Sechs hatten. Und wir mit der Leistung der Abwehrkette in Hannover sehr zufrieden gewesen sind. Im Vorfeld haben wir von der Abwehrreihe jetzt auch die eine oder andere Situation gehabt, die jetzt nicht optimal gelöst war. Und deswegen haben wir gesagt, es ist wichtig, dass die Sicherheit bestehen bleibt. Also würdest du jetzt einen Sechser austauschen und einen Innenverteidiger, hast du wahrscheinlich der Struktur mehr geschadet, als sie ihr gut getan hat. Und deswegen haben wir gesagt, die Abwehr hat ihren Job gut gemacht in Hannover. Plus der strategische Ausfall von Lukas Fröde auf der Sechser-Position hat uns dazu bewegt, dass wir gesagt haben, wir bleiben hinten gleich. Dass die Mannschaft eingespielter wirkt und auch genau ihre Abläufe im Kopf hat. Und das war eigentlich so der Hintergrund. Würde ich trotzdem nochmal nachhaken, wäre es nicht gerade dann wichtig gewesen, weil Luki ist ja auch ein Spieler, der kommuniziert und die Mannschaft anleitet, zusammen mit Damian, Damian dann ins Spielen zu lassen? Ja, wie gesagt, wir wollten die Sicherheit hinten in der Abwehrreihe bestehen lassen. Weil es gab keinen Grund, die Abwehr auseinanderzureißen, wenn sie einen guten Job macht. Letzte Frage von mir. Der Kollege hat es vorhin gefragt, was macht mehr mit Ihnen, die Stimmung oder die fehlenden Ergebnisse, fehlende Struktur? Die Struktur haben Sie ja selbst angesprochen, hat dann auch nicht gestimmt. Wie gehen Sie damit um, dass Sie Dinge besprechen, der Mannschaft aufzeigen in Videokonferenzen und Einzelgesprächen und dann passiert das, was Sie selbst beschrieben haben. Dann ist der Anstoß schon nicht nach Plan. Ja, leider ist es so. Es geht ja miteinander über. Also Ergebnisse sind das, was uns jetzt natürlich beunruhigt. Das ist ganz klar. Aber auch die Art und Weise der ersten 60 Minuten, wo wir auch klein die Kerbe reinhauen. Und Sie sehen ja, dass ich jetzt am heutigen Tag das auch sehr deutlich sage, dass mir das überhaupt gar nicht gefallen hat. Und dass wir die Mannschaft dann auch in den nächsten Tagen, aber wie gesagt, so vermittelt bekommen, dass es sie auch weiterhilft. Und das bringt jetzt nichts, da emotional hier irgendwie was rauszuhauen oder das, was die Leute hören wollen. Sondern wir machen das so, wie wir es für richtig halten. Und da geht es halt erstmal darum, eine Nacht drüber zu schlafen und dann zu gucken, was sind wirklich die Parameter, an denen wir arbeiten müssen. So, dann sind jetzt tatsächlich alle Fragen beantwortet. Dann wünschen wir Daniel Thun und Fortuna Düsseldorf alles Gute, kommt gut nach Hause. Ja, und besondere Dank natürlich an alle Zuschauer, die heute den Weg ins Ostseestadion gefunden haben. Tschüss. Dankeschön.